Ich werde die Annullierung unserer Ehe beantragen. Andres ist ein Ehemann, so ist der Stand. Er ist jetzt ein Alarcon und es wird ihm ein leichtes sein, die Annullierung eurer Ehe durchzusetzen. Wir sind vollkommen ruiniert. Vielleicht kannst du wirklich etwas für uns tun. Heirate. Heiraten, meinen Sie? Ja, und zwar eine reiche Frau. Wie viel Geld wollen Sie? Wir wollen kein Geld, sondern etwas anderes von Ihnen. Woran erinnern Sie sich? Da fiel ein Name, Ezequiel. Es gab dort ein Foto von Diego. Es war ein Hochzeitsfoto. Diego war vor unserer Ehe schon einmal verheiratet. Wir haben Diegos erste Frau gefunden und sie ist verstorben. Daran ist nichts illegal. Hier gibt es nichts mehr zu suchen. Und warum war Diego dann hier? Ich habe gesehen, was Sie verbrannt haben. Sagt Ihnen Hypnose etwas. Wo befinden Sie sich? Im Hotel. Da ist eine Frau. Ich sehe ihr Blut. Sophia, lassen Sie sie! Du hättest ihm fast erzählt, was du mit Christina Olmedo getan hast. Schon wieder dieser Albtraum? Das, was ich getan habe, raubt mir den Schlaf, Padre. Und nachts wird alles noch schlimmer. Die kann man nicht mehr schüttelt. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich Including. Untertitelung des ZDF, 2020